Was glauben Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Wenn Sie nur noch so wenig Geld haben, dann wollen Sie doch nicht, dass der Staat in den Vorschriften macht, an welchen Tagen Sie heizen, an welchen Tagen Sie essen. Das will doch jeder individuell handhaben, oder? Der eine sagt, einter heizen, einter essen, einter heizen, einter essen. Der andere hat es gerne am Wochenende warm. Ja, bitte sehr.